Hi Leute, willkommen beim Finti-Tutorial Skateboardfahren. Für Anfänger ist es empfehlenswert, wenn man Olli übt, dass man das erstmal hier so auf schön rauen Boden machen kann, wo man nicht wegrutscht. Kann man erstmal ein paar Ollis probieren. Für Fortgeschrittene sollte der Boden dann aber schön glatt sein, damit man schön, ja, da kann man dann Powerslides und so machen. Je glatter der Boden ist, desto besser. Hier unten, wie es da glas gibt. Bei Bretten! Ja, da sollte man aufpassen. Oh, das stinkt nach Gülle. So, jetzt habe ich auch meine offene Wunde in dieses räunige Wasser gehalten. Ist gut desinfiziert jetzt. Also Leute, ganz klar, je glatter der Boden, desto besser. Da kann man richtig schön Powerslides machen und so. Und wenn man vom Skate ein bisschen verschwitzt ist, kann man sich direkt abkühlen. Eis, bester Boden. E signing taken abkühlen lassen. Tschüss. и